Ja, da geht's gleich weiter und es war jetzt richtig dämlich, mich da rein zu graben, aber egal, egal. So, 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 so. Hier, das wird dann mit der Zeit wahrscheinlich so unser großes Abbaufeld, unsere Abbauplantage. Ich muss bloß drauf achten, wenn ich da angerannt komme, dass es für mich, weil es da auf einmal runter geht, mich dann nicht auf die Fresse lässt, einfach mal runter. Da kenne ich mich schon, wenn ich Minecraft spiele, dann vergesse ich alles. Also mal in 10 Folgen, wenn ich irgendwann mal wieder herkomme, renne ich da einfach hin, springe gerade noch in dem Moment und dann lässt es mich da voll auf die Fresse. Unten steht dann noch ein Creeper, am besten. Ein Skelett, genau. Der Creeper sprengt dann alles hoch, ich habe noch ein Leben, überlebe es irgendwie. Und dann kommt ein Skelett, das schießt die ganze Zeit an mich vorbei. Mein Schwert ist durch den Creeper, weil ich schon einmal auf den Creeper geschlagen habe, kaputt. Und dann bang und dann kann ich das Skelett irgendwie töten. Habe dann trotzdem noch ein halbes Herz, weil ich nicht mehr heile, weil ich Hunger habe. Und dann kommt ein Zombie von hinten und dann bringt mich ein Zombie um und das wäre richtig ärgerlich. Und währenddessen kommen 30 Endermänner und nehmen ein Haus auseinander. Kann ich mich ja noch dran erinnern, kann ich auch erzählen. Das erste Mal, als ich Minecraft gespielt habe, war beim Adi, der war ja auch schon mal dabei. Sieht Schamper, wer will, kann reinschauen mal. Ist schön, wer es noch nicht kennt, ist ganz lustig. Eigentlich nicht, aber egal. Ne, da habe ich bei ihm, habe ich das erste Mal, komm mal her, schau dir das mal an, bestes Spiel, das es gibt. Ich sofort sehe, boah, ist ja nur das Klötzchen, die Grafik ist ja, was machst du, die Grafik ist ja gar nichts. Was machst du da, cool, Klötzchen abbauen, ich finde es trotzdem geil. Scheiß auf Grafik, lass mich hinzocken. Ja, dann habe ich das gespielt, gespielt, das war auch meine erste Welt. Da weiß ich noch, ich bin rein in die Welt, habe erstmal einen Baum abgeschlagen, die ganze Zeit. Ja, nein, such dir einen Unterschlupf, such dir einen Unterschlupf. Ja, habe ich mir einen Unterschlupf gesucht, bin dann da rum, hatte schon ein Crafting Table. Ein Crafting Table, oder eine Werkbank, wie man es jetzt nennt. Und alles so einen Ofen und dann wurde es Nacht und, ach ne, das ist Kies. Dann wird es Nacht und dann, äh, ich denke mir, was ist denn da raus, schau raus, scheiße, was läuft da außen rum, der macht mir voll Angst. Ja, habe ich mich nicht rausgepackt, sondern ein Loch gegraben, so dass die mich, was ist denn das, das ist Stein wahrscheinlich, normaler. Dass die mich nicht sehen können, die Zombies und Skelette, weil, obwohl die einen durch die Tür eh nicht durchsehen können. Extra so ein Loch, habe mich dann drin verkrochen, die und dann übers Loch, so um die Ecke, gefasst in den Herd und habe da Steine gebraten. Wusste noch nicht, was das jetzt bringen soll, was so, äh, was da, äh, das ist Stein, also dass der Cleanstorm anders ist als Cobblestone. Und dann, ja, Steine braten, das ist doch irgendwie dämlich, habe ich mir gedacht und nur, weil ich noch keine Kohle hatte und Holzkohle konnte noch nicht gebaut werden. Äh, nicht gebaut, gemacht halt. Und deswegen habe ich immer mit Holz verheizt und dann Stein geschmolzen, damit es hell bleibt und so, kann ich mich noch richtig daran erinnern. Ja, fand ich lustig eigentlich. Das Spiel hat mich sofort in den Bann gezogen, also so, äh, ich weiß nicht, kennt ihr, aber es gibt ja manche Sachen eigentlich, viele Sachen, manche bekommt man, manche nicht, die siehst du und dann kommt haben will und bevor du es nicht hast, gibt es keine Ruhe mehr. Sowas war Minecraft, ich wollte das unbedingt haben. Kostet, was das wolle. Ja, war halt so, ich habe es dann auch bekommen, vom Vater hat es mir gekauft, weil ich ihn die ganze Zeit genervt habe, weil das ging ja, geht ja, gab es da ja noch nicht im Laden. Und deswegen nur so Paypal und so und habe ich alles nicht, weiß auch nicht warum eigentlich. Habe ich jetzt immer noch nicht. Und dann, ja, ich muss ins Bett, scheiße. Ne, da musste ich nicht ins Bett, ich, wie komme ich da jetzt hoch? Ich muss bloß in Minecraft ins Bett. Und, ja, dann habe ich es nach Ewigkeiten, so lang war es eigentlich gar nicht wahr, aber für mich, ewig viel halt noch. Da haben die Tage noch 20 Stunden gedauert und nicht 10 Minuten, wenn es Wochenende war. Gehen ja auch immer schnell vorbei, muss man, auch wenn man nicht die ganze Zeit zockt, muss man sagen. Ach ne, geht jetzt ja nicht mehr. So, ja, war halt Minecraft, habe ich dann gespielt und dann immer weiter gespielt. Und diese Welt, die ich beim Adi dann gespielt habe, die hat er halt irgendwann mal gelöscht. Ist, finde ich scheiße von ihm. Ja, ist eindeutig scheiße, muss ich ihm morgen in der Schule auch gleich mal wieder unter die Nase reiben. Ne, mache ich nicht. Aber, was damit ist, ist es, habe ich noch, ne, nein, habe ich natürlich nicht, egal. Es, dann, die Welt, dann habe ich es mir gekauft, dann war noch nicht, dann habe ich es gespielt. Immer auf Render Distance Fahr, weil es die Computer einfach geschafft haben, vom Arbeitsspeicher. Aber es ist dann immer abgestürzt, weil diese Meldung noch nicht da war, das auf Fahr, ähm, man ein 64-Bit-Java-System, ne, Betriebssystem halt benötigt. Die war noch nicht da. Es ist mir die ganze Zeit, äh, abgeschmiert. Ich wusste auch noch nicht so viel über Minecraft, da früher habe ich auch noch gedacht, ach so. Dass, äh, wenn Endermen kommen, die nehmen dir das Haus komplett auseinander. Boah, ich mach mal schnell mit der Hand da. Komplett auseinander und bauen sie irgendwo auf, also nicht nur einen Block, sondern die nehmen da alles auseinander. Ja, und, so halt, ähm, dann habe ich immer gespielt, immer mal wieder neue Welten angefangen eigentlich. Weil es auch immer abgeschmiert ist, dann war ein Teil weg. Der hat auch nicht mehr sofort gespeichert, ja. Jetzt, Moment, äh, mittlerweile speichert er ja auch, äh, häufiger auch die Welt. Also, wenn Minecraft jetzt abschmieren würde, wäre eigentlich noch alles da, was wir hier jetzt gebaut haben. Also, als ich es hatte, dann war Beta 1.8 oder so, oder 1.7 irgendwie. Da war es nicht. Also, wenn das jetzt abschmieren würde, wäre es wahrscheinlich so, ist es zu dem Punkt, wo ich das letzte Mal hier im Menü war. Das war halt blöd. Habe ich deswegen immer auch neue Welten immer wieder angefangen. Habe auch ein bisschen Wissen über Minecraft gesammelt. Wie man es jetzt spielt, so, Spielgefühl und so. Und dann, ja, irgendwann kam dann die Meldung mit der Vollversion, glaube ich. Und dann, yeah, jetzt weiß ich es endlich. Habe ich auf, normal, die Rendite ist jetzt runtergestellt. Und dann eine neue Welt gestartet. Und das war wirklich die erste Welt, wo ich monatelang gespielt habe. Also, da habe ich, weiß ich nicht, wann kam die Vollversion raus? Ich glaube, irgendwann im November. Da habe ich dann, ja, deutlich gespielt. Also, ich habe, warte, bis Januar habe ich gespielt. Dann habe ich einen eigenen Laptop bekommen und eine neue Welt gestartet an dem. Ja, zwei Monate dran rumgebastelt. Das ist jetzt nicht unglaublich viel, was da entstanden ist. Da habe ich noch deutlich langsamer gebaut. Mit nicht so effizient wie heutzutage. Da kann ich ein Haus hinklatschen in 0, nix, nix, Sekunden. Sondern, da habe ich noch langsam gebaut. Habe noch auf alles geachtet. Habe auch noch nicht so viel Wissen gehabt. Noch anders gebaut. Wenn ich mir die heutzutage mal anschaue, dann erst mal schaue ich, stehe ich einfach nur auf die Map und erinnere mich an die guten alten Zeiten. Das ist auch so, dass ich in der Map, ich habe keine Ahnung, ich habe mal gespielt und irgendwie, weil hier an dem Computer jetzt war, habe ich auch mal ein bisschen diese Map gespielt. Also, an dem ich jetzt aufnehme und da, 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 was war denn? Genau, da stand, weil der steht im Büro. Das ist unten im Keller. Also, Büro von meinen Eltern. Das ist unten im Keller und da nebenan, also nicht weit weg, eigentlich gar nicht weit weg, ist die Waschküche. Und da stand die Tür offen und deswegen hat es da voll nach Waschpulver gerochen an einem Tag. Und seitdem verbinde ich, weil ich da einfach die ganze Zeit durchgezockt habe, an dem Tag. Und seitdem verbinde ich Minecraft mit Waschpulver geruch. Ich weiß nicht, warum, ist aber so, wenn ich Waschpulver rieche, das erste, woran ich denke, ist Minecraft. Es ist so, finde ich leicht, äh, finde ich auch lustig. Ja, ist halt so, kann ich auch nichts dran ändern. Und hier, wir brauchen noch vier. Mann, wir brauchen viel mehr Sand, ach, da ist zum Glück noch was. Viel mehr Sand, viel, viel mehr. Wie lange geht denn die Folge? Ich mache die jetzt noch fertig, ja. Die Folge mache ich jetzt noch fertig und das war's dann. Das war's dann auch. So, aber seitdem verbinde ich Minecraft mit Waschpulver geruch. Wie gesagt, finde ich eigentlich lustig, ist lustig. Und dann ist auch so, wenn ich ein frisch gewaschenes Hemd anhabe. Also wenn es wirklich frisch gewaschen ist, dann riecht man ja teilweise noch, also manchmal eher selten noch Waschpulver. Und dann war auch erst, ich sitze in der Schule, rieche es halt Waschpulver vom Hemd, weil das in der Früh, kurze Minuten bevor ich weg bin, kam das aus dem Trockner. Ähm, rieche ich halt noch voll Waschpulver und dann, ich denke nur an Minecraft. Denke, was baue ich denn heute, was mache ich so, ja, die guten alten Zeiten. Das war, ich konnte sich gar nicht mehr konzentrieren, war auch lustig. So am Glück hat man nur so lauter komische Fächer, die keinen interessieren. Musik oder so, Kunst, braucht man eigentlich nicht, um ehrlich zu sein. Musik haben wir eh so einen Lehrer, wir müssen jetzt Referate machen. Der hat eine Stunde gebraucht, um uns zu erklären, dass wir Referate machen. Hat sich dabei ungefähr 50.000 Mal wiederholt, so wie ich. Und in der zweiten Stunde, also einen Dienstag später, einen Dienstag war das, hat er uns aufgeteilt. Wieder eine Stunde lang die Klasse aufgeteilt. Und dann mit dem tollen Satz, den ich mir immer noch merke, ja, die Siebnergruppe sollte so insgesamt 10 Minuten etwa sprechen, weil es gibt eine Siebnergruppe, keine Ahnung warum, aber jeder nur so etwa 5 Minuten. Ja, jeder bei uns in der Klasse hat sich erstmal so totgelacht, der hat natürlich nicht geblickt, warum. Weil 10 Minuten mal 7 ist, äh, ne, durch 7 ist, 5 Minuten geht nicht leicht auf. Ja, das ist eigentlich voll der Scheiß, interessiert eh keiner, erzähle ich jetzt. Aber jetzt zurück zu dieser ersten Welt, wo ich monatelang gebaut habe. Also richtig verbinde ich auch einiges, wenn ich die anschaue damit, ja. Und, also ist jetzt nicht so, oh, Welt, cool, cool, muss ich anschauen, nein, ohne die könnte ich nicht mehr leben oder so. Ich mag die einfach übelst, weil ich da auch sehr viel einfach über Spiel gelernt habe. Sehr viel Spielweisen und alles. Sehr viel Bauweisen, alles ausprobiert noch. Und der Baustil, wie gesagt, war total anders als heutzutage. Und das ist die erste Map, die ich wirklich, scheiße, Ewigkeiten gespielt habe. Die zweite war jetzt die, wo ich schon Let's Show gemacht habe. Und die dritte wird jetzt hoffentlich die Let's Play Welt hier sein. So, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6 und der Timer ist zu Ende. Und da würde ich sagen, war es das mit lustigem Sand, ah, da ist noch ein Sand hier, war es das mit lustigem Sand abbauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und da würde ich sagen, geht's wieder in unser tollen Lager. Dann Tschüssi, bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuschauen.